Das scheint zu funktionieren, aber Sie müssen das Ganze bei den anderen Projekten gehen, und dann müssen Sie das gesamte Projekte unterhoben werden. Ich muss was? Ich muss alle? Und wie komme ich denn da rauf? Ach shit. Habe ich hier nicht irgendwo Untertitel oder sowas? Weil das ist ja ziemlich... Ah, da! Ja. So, damit ihr auch lesen könnt, was der Typ da vor sich hin schwafelt. Oh, ein Sniper, da kann ich nicht wieder stehen. Na gut, komm, das ist fast noch zu sagen. Flankieren. Hinaufsteigen. Naturalisieren. Ach, bla bla bla. Moment. Okay. Okay. Da. Da ist das. Fuck Wo? Okay, hab jetzt in diesen Fehler gemacht Scheiße Einer weniger ist einfach Shit, ich hab nur die scheiß Pistole Da Ah kommschon, ja geht Nice Was ist das? Was ist das? Was ist das? Shit Das ist eigentlich ziemlich cool Ich schätze niemals einen Gegner mit einem Raketenwerfen Der weiß, wo ich bin Ich hab nichts Scheiße Uiui Uiui Schick Ich komme nicht drauf, aber es ist nicht das sieht ah da lang ah der sieht mich jetzt nicht kann ich da einen Staff töten oh fuck schlecht ganz schlecht shit fuck man eh jetzt bin ich wieder hier jetzt scheitert das Teil das was so knapp davor aus dem 840 ich ja ich will ich nichts ändern der Besucher brauche ich nicht zum Beispiel X-Panzer hier Kappel veränderte Angeform für das andere die Perfaltungen sich bei A wobei er sagt verdickter Einsatz doch nehmen wir das mal scheint zu helfen was haben sie wohl beim Herzen was haben sie wohl beim Herzen oder auch nichts wo sind sie ah alles klar schnapp 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 da oben steht er wie ein Held na gut, ich glaube, ich will es nicht vers... oh, ich versuche noch mal mich an den Händen... ich muss aber auch Stefft-Kette töten, das muss doch wirklich sein... das muss doch wirklich sein... weg da, scheiß Baum das ist nicht gut ok, so, den müssen wir eigentlich nicht mal hören warte na da, 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 da... ok, schon, verdammt, beschädigt, das ist gut einen weiteren Schuss dürfte nicht überleben da, 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 da... die Juden im Pentagon werden in Kulture Handeln sind das nämlich das Pentagon? ich bin das Pentagon ok, ich glaube, ich habe hier eine coole Alienbrücke... So, wo ist das jetzt? Fuck, ich hab keine Munition. Ah, wenn ich mir vom Teufel spreche. Okay. Ah. Was? Was sind das denn für Helden? Da, Mann. Oh, das hat sogar geklappt. Ich gehe nicht mit Strinther. So, nochmal Munition nachladen. So. Wie sieht es aus? Was haben wir da unten? Nix. Scheiße, jetzt haben wir was. Doch, nix. Fernkampf, Skar. Kein Schalldämpfer? Fick. Was ist denn, muss gleich hier sein? Was ist das da hinten, ey? Fuck, das ist wieder so ein Riesenteil. Manovision aktiviert. Was ist das denn? Na, los. Dreh dich um. Na komm, schon. Dreh dich um. Was, was, was ist das? Dreh dich um. So, hast du eigentlich Eier? Gott, was tue ich hier eigentlich? Shit Ach, fick dich Was zum Verdammt Oh shit Fuck, die haben mich jetzt auseinandergenommen Verfluchts, Trins Zeit, zurückzuschlagen Lade nach, lade nach Oh Heilige Scheisse Oh Okay, weg mit dem Scheiss Schallämpfer Der beengt mich nur Fuck, nicht den Ich hab nicht mal mehr Ding Scheisse, ich hab keine C4 mehr Was mach ich denn jetzt? Nein, nein Ich will nen Tick No So Kann mich jetzt hier wieder raus? Okay Fuck Wo ist er? Ich kann ihn nicht straftöten? Straftkillen Das ist ja nicht jeden Scheiss Fuck, was tue ich jetzt mal? Das letzte Mal, ich weiß nicht, wie ich benauten werde Das ist voll traurig Ich hab ne Idee Ich kann den Daumen jetzt einfach so lieber behaupten von hinten Ich glaub hinten ist eine Schwachstelle Klar, bemerk mich einfach nicht Nein, wo bin ich? Nein, wo bin ich? Nein, wo bin ich? Fasch, ich bin nicht da Ich bin hier Das war fest, hätte ich auch keine Chance Oh shit So Er sieht nicht gerade sehr gesund aus Fuck, der lebt ja noch Das ist eine Maschine Ich muss ein Terminator Das ist eine Maschine Hasta la vista, Baby Der lebt ja noch Lange gedauert, aber es ist machbar Auch ohne Raketenwerfen und C4 So, reinigen die Vagina So Sabotiere die zentrale B-Elienstruktur Was? Jetzt muss ich noch die Ja, der rauf Muss ich jetzt anscheinend Oh nein, warte, da hinten Rein in die Vagina Okay Uiuiui Klebrig und furcht In den Abgrund Gut Mal sehen, was der Anzug alles kann Oh Ausgezeichnet Erkennung Kommunikation Austausch Was? Die Protokolle sind kompatibel Nein, jetzt nicht mal Mal mit der, ne? Oh 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 Ah Mehr Widerstand als erwartet Sie sollten Sollte was? Entschuldigen Sie mich bitte Was aufs Klo? Komm schon Gleich die scheisse Kante So Alcatraz Hören Sie mir genau zu Die Entscheidung ist gefallen Die Bomber sind unterwegs Nichts wie raus da Ich habe ein Helikopter geschickt Aber Sie müssen sich beeilen Suchen Sie sich eine erhöhte Position Schnell Ja Ja Nachher aus hier geht es ja nicht Na gut Entkomme der Flut Erreiche maximal Ausguss Wie viel zu werden Entkomme der Flut Scheisse Ich bin mir in der Stadt Genauso Die Barriere ist unten Laufen Sie Elke Tress Sie müssen da leben draus Sie und der Anzug sind unsere einzige Hoffnung Heilige Scheisse Ich habe dich geschehen 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 Vielen Dank.